Das ist eine rechte Ablässe, aber auch nicht mit Ablässe. Ja. Das ist eine spezielle Fischverlierung. Ja, also es ist ja ein bisschen wichtig, die Länder, wo die Fisch genannt wird, haben die Fischhaladivität und die Öl-Skernzeichen sind hier aber auch so, dass der Fisch in den Tafel zieht und die Fisch verbreitet. Die Fisch verbreitet und die Fisch verbreitet. Wenn der Fisch verbreitet wird, wenn der Fisch wird, dann könnt ihr es auch auf die Intermitte, oder das die Fisch verbreitet.